Hallo Internet und herzlich willkommen bei Betriebsrat TV. Hallo Internet. Ja, ich habe mir gedacht, lieber Jens, wir machen mal ein Klassiker-Thema, das die meisten vielleicht erstmal als langweilig abtun, aber das gar nicht so ohne ist. Was hast du denn? Die Personalakte. Das Interessante ist ja, wenn wir auf unsere eigene berufliche Erfahrung zurückschauen, dann muss man ja einige interessante Sachen feststellen. Denn die klassische Personalakte im Personalbüro, wie man das so kennt, was sich das der Arbeitsvertrag drin und die ganzen Krankmeldungen und all sowas, die gibt es in der echten Praxis gar nicht so, beziehungsweise gibt es zwar auch, aber es ist nicht vollständig. Nee, was fehlt denn? Zu einer Personalakte, liebe Leute, gehört alles, was das Arbeitsverhältnis betrifft. Das heißt, wenn der Abteilungsleiter nochmal auf seinem Computer nochmal einige Extradateien führt oder dann der Chef hat auch nochmal eine Extradatei. Du meinst über Krankheitstage zum Beispiel? Zum Beispiel Krankheitstage. Aber die können ja nicht in die Personalakte. Das ist ja illegal, Alter. Das mag illegal sein, aber da sie das Arbeitsverhältnis betreffen, sind sie zur Personalakte zugehörig. Wie alle anderen Aufzeichnungen, die das Arbeitsverhältnis betreffen, auch. Also sie sind ja dann illegal, wenn sie elektronisch aufgezeichnet und verarbeitet werden. Und die berühmten Excel-Tabellen. Und das wissen wir alle, dass die jeder Dulli am Start hat, in jeder Firma. Abteilungsleiter, Einrichtungsleiter führen ihre Excel-Tabellchen mit den Krankentagen. Und das wäre nicht korrekt. Das ist nicht korrekt. Unabhängig davon, dass es nicht korrekt ist. Aber wenn sie geführt werden, dann gehören sie zur Personalakte. Und... Das macht aber natürlich kein Arbeitgeber da rein, weil du ja dann sofort merken würdest, dass er das macht. Ja, ich will ja jetzt darauf, das ist hier der Knusos-Knaxus. Vom Gesetz her ist der Arbeitgeber dann dazu verpflichtet, dass er eine Notiz in der richtigen Personalakte, ja, beifügt, wo dann gesagt wird, ach ja, und dann gibt es noch diese Nebenakte und diese Nebenakte und diese Nebenakte. Und diese Excel-Tabelle und jede Excel-Tabelle. Genau. Aber, und das betrifft ja jetzt auch, betrifft ja jetzt alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die zuschauen, sowie alle Betriebsräte und Betriebsrätinnen, ja. Ja, wenn ihr dann mal in eure Personalakte reingucken wollt, ja, dann müsstet ihr ja das sehen können, ob es da noch Nebenakten gibt. Denn, wie gesagt, alle Nebenakten gehören zur Personalakte. Und wenn ihr Einsicht nehmen wollt, dann dürft ihr Einsicht nehmen. Ihr dürft jederzeit reingucken, während der Arbeitszeit und während der bezahlten Arbeitszeit. Genau. Ihr müsst da nur einen Modus finden, wie ihr dem Arbeitgeber da rechtzeitig Bescheid sagt, ne. Man geht nicht jetzt, man macht das nicht so, dass man sagt, ich gehe jetzt meine Personalakte eingucken und dann geht man ins Personalbüro und lässt einfach die Arbeit liegen. Nee, im normalen Umgang miteinander sagt man einmal Bescheid und im Personalbüro und sagt, du, ich möchte meine Personalakte mal einsehen. Wann passt es denn? Ja, in der Regel ist es aber, glaube ich, auch unproblematisch, oder? Ja, genau. Das war selbst bei uns unproblematisch, da hast du dann innerhalb von wenigen Tagen einen Termin bekommen. Aber wenn es eben nicht laufen sollte, dann hätte sogar der Betriebsrat ein Initiativrecht in der BV zu machen, um dann mit den Arbeitgebern zu besprechen, wann, wer, wie oft und mit welchem Vorlauf die Einsicht in die Personalakte nehmen kann. Und das ist dann ja auch sinnvoll dann, wenn es Probleme gibt, dann muss das geregelt werden, damit es keine Probleme mehr gibt in Zukunft. Das Interessante, was ich ja auch jetzt gelernt habe, ist, im Zuge der Datenschutz-Grundverordnung gibt es ja nochmal eine Veränderung in Bezug auf die Personalakte. Wenn sie elektronisch verarbeitet wird, ja. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob es elektronisch ist, auf jeden Fall, wenn sie verarbeitet wird. Und das ist, dass man dann nicht nur ein Einsichtsrecht hat, sondern man hat das Recht auf eine Kopie. Das kennt man zum Beispiel bei Facebook, ja. Da ist das auch so. Da kann man auch verlangen vom Facebook, dass man eine Kopie mit allen gespeicherten Daten bekommt. Echt? Und dann kriegt man, dauert ein bisschen, dann kriegt man eine Datei und da steht alles drin, was je bei Facebook zu deinem Benutzer-Account verarbeitet worden ist. Ehrlich, hast du das mal gemacht? Das habe ich mal gemacht. Achso. Da steht jede einzelne blöde Nachricht, die man verschickt hat, drin. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Ja. Ich habe es einfach nur mal testweise gemacht. Und das gilt eben auch für den Arbeitnehmer, dass, wenn das mit dem Arbeitsverhältnis zu tun hat, da hat man ein Recht darauf, dass man dann eine Kopie bekommt, wenn diese Daten verarbeitet werden. Und das kann ja schon allein da sein, wenn, wie in vielen Firmen heutzutage, eine elektronische Personalakte geführt wird. Und da oben, wie wir jetzt gerade beim Aufnehmen merken, da fällt jetzt langsam gerade eine Lampe aus. Und damit wir hier nicht lauter Leute haben, die von Flackern einen Anfall bekommen beim Gucken, es reicht uns schon die ganzen Anfälle von Leuten, die einfach nur durch unsere Gesichter Anfälle bekommen, ja. Wechsel ich das doch mal kurz aus. Die Angriffe der Arbeitgeberlobby machen auch nicht Stopp. Vor Lampen in unserem Haus. Vor nichts machen die Halt. Vor nichts schrecken die zurück. Aber wirklich. Und ich habe jetzt dafür aber auch den Faden verloren. Einen Gedanke müssen wir nochmal aufnehmen. Ja. Man hat ja das Recht, wenn man der Auffassung ist, dass etwas fehlerhaft ist oder nicht richtig ist, in der Personalakte eine Richtigstellung hinzuzufügen als Arbeitnehmer. Man hat nicht nur, Moment, ich will das sogar schärfer formulieren. Man hat das Recht, wenn unrichtige Angaben in der Personalakte ist, dass diese unrichtigen Angaben aus der Personalakte verschwinden. Ja. Aber jetzt kommt die Realität dazu. Also meistens kochen doch die Emotionen dann richtig hoch bei den Abmahnungen. Ja, genau. Der Arbeitgeber spricht die aus. Wir wissen alle, da ist viel Geschwurbel dabei, weil er einfach nur wütend ist. Ob die dann rechtssicher sind, ist nochmal eine andere Frage. Und dann geht die Emotion auch beim Arbeitnehmer hoch, weil er sich ungerecht behandelt fühlt und er möchte unbedingt, dass das Ding rausgeht. Aber dann, und die Emotionen sind ganz weit oben. Und in der Regel möchten die Arbeitnehmer in solchen Fällen dann nicht es einfach bei einer Gegendarstellung belassen, obwohl das ganz sicher der schlauere Weg wäre, sondern sie wollen, dass das Ding entfernt wird. Ja. So, was passiert aber, wenn ich das Ding entfernen lassen will? Ich sage dann zum Arbeitgeber, liebe Arbeitgeber, ich verlange, dass Sie die rausnehmen, meine Abmahnung. Ja. Weil die ist nicht gerechtfertigt. Und der Arbeitgeber sagt, der hat diese Abmahnung gerade 24 Stunden vor, der er es reingepackt hat, ich sehe das anders. Genau. So, und dann müsstest du klagen. Es kann ja durchaus sein, dass du dann vor Gericht Recht bekommst, aber es besteht in den allermeisten Fällen auch eine Gefahr, Gefahr, dass sie eben nicht rauskommt. Und dann hast du sogar ein Gerichtsurteil gegen dich in der Personalabmahnung. Es gibt kein Gerichtsurteil beim Arbeitsgericht, sagt doch runter, Philipp Stühler-Walter. Ja, du kleiner Klugscheißer. Ja. Turinti. Weißt du, ich höre ja darauf, wenn die Anwälte uns mal was erklären. Ja, dann gibt es halt. Dann gibt es einen Beschluss, vermutlich, wenn ich noch irgendwas anderes. Ja. Und dann hast du das Ding aber gerichtsfest in den Akten. Ja. Was dann doof ist. Ja. So, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme ja etwas, was ganz weit weg ist von meiner eigenen Erfahrung, aber wenn ich jetzt eine Abmahnung bekäme, wegen zu spät kommst. Ja. Ja, das ist doof. Das ist ja auch immer bei dir gerechtfertigt. Wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass die Abmahnung nicht korrekt ist, dann ist aber ja erst mal, zunächst einmal die Abmahnung in der Akte und sie wird erst dann relevant, wenn ich nochmal wegen der gleichen Angelegenheit nochmal eine Abmahnung bekommen sollte. In der Praxis kommt das entweder nie vor oder erst manchmal nach sehr vielen Jahren unter Umständen sogar. Und dann, wenn dann die zweite Abmahnung kommt und ich zweifle die an und gehe in den Kündigungsschutzprozess, dann überprüft, überprüfen die Richter, ob die Abmahnung korrekt war oder nicht. Und in der Praxis kann ich euch sagen, dass der Arbeitgeber praktisch nie in der Lage ist, nach mehreren Jahren noch genau zu wissen, wie es damals zu der Abmahnung gekommen ist. Ja, das ist einfach so. Da sitzen ja teilweise neue Geschäftsführer, neue Abteilungsleiter, die haben null Ahnung, was damals passiert ist und dann ist das Ding durch. Wenn ich aber gleich versuche, das Ding rauszunehmen und habe dann das Pech, dass der Richter mir nicht zustimmt, dann habe ich ein Urteil gegen mich, was dann auch die nächsten 30 Jahre kein Urteil, sondern Beschluss gegen mich, 30 Jahre gegen mich wirkt. Ja, eine Sache müssen wir noch zum Thema Personalakte sagen. Du bist gerade eingeschlafen, ne? Ich bin gerade eingeschlafen, aber bin jetzt wieder aufgewacht, weil es plötzlich so ruhig wurde. Ja. Und das ist, dass jeder Arbeitnehmer das Recht hat, einen Betriebsrat mitzunehmen, wenn er Einsicht in seine Personalakte haben möchte. Er hat zwar nicht das Recht, einen Rechtsanwalt mit hinzuzuziehen, soweit ich das gelesen habe, aber ein Betriebsrat darf mit dazu kommen. Und da ist für euch, liebe Betriebsräte, zu beachten, da gilt absolutes Stillschweigen zu bewahren. Es wird nicht über den Inhalt der Personalakte geredet, auch nicht mit anderen Betriebsräten. Sollte das rauskommen, dass man da nicht die Klappe gehalten hat, dann hat der betroffene Arbeitnehmer das Recht, den Betriebsrat strafrechtlich zu verfolgen. Und das möchte es nun wirklich nicht. Also nicht den Betriebsrat als Gremium, sondern... Nee, den jeweiligen Betriebsrat, der da geredet hat. Genau. Er könnte den Betriebsrat auch von der Schwagerpflicht entbinden. Dann ist alles in Ordnung, ja. Er kann sie auch eingeschränkt erlauben, indem er sagt, also du darfst das in der Sitzung davon berichten, aber nicht außerhalb des eures Gremiums. Ja, aber das ist ja eigentlich selbstverständlich. Ja. Ja. Das war's. Ich finde, wir haben das umfangreich genug gemacht. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt das unten in die Kommentare. Dann machen wir nochmal ein Video. Hast du noch was? Nee. Nee, dann war's das schon. Dann wünschen wir euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.